Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu FlatOut 4 und mit etwas Glück schaffen wir uns diese Folge schon das eine Fahrzeug zu holen, was 25.000 Cash kostet, was immer das hier auch für eine Währung ist. Ich sage mal, wir probieren einfach mal den Cup hier aus und gucken mal wie schwer die Gegner sind und hoffen das Beste. Ich hoffe das Schlechteste, ah ne gar nicht, ich hoffe nicht das Schlechteste. Ich wollte sagen, ich rechne mit dem Schlechtesten, aber hoffe das Beste, so geht das ja. Bei Regen dürfen wir nun fahren. Alter, hier links, der hat eine Spezial-Lackierung für sein Fahrzeug. Ach ja, wir haben jetzt ein neues Nitro. Nice. Ich finde das irgendwie geiler als Konfetti. Ich finde Konfetti ist bisher mit das schwächste Nitro. Und die Rupert haut ordentlich rein auf jeden Fall. Oh, 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 okay, okay. Ah, nein. Aber soweit sieht es ja ganz okay aus. Nur zwei Runden, das heißt es wird wieder wahrscheinlich ein kürzerer Cup. Äh, so. Oh Gott. Ich hilfe. Da lang, okay. Oh, ich mag die Strecken bei Regen zu fahren. So. Lass mich mal vorbei hier. Ich werde hier auch gerne weiter, wollte ich sagen. Ah, gut. Kann man hier sehen, wer erster ist? Ah ja. Gina. Und hier ist da. Dieser komische Clown. Vorsichtig. Ah. Okay. Die sind ganz schön weit vorne. Die sind ziemlich weit vorne. Na. Ja, ob wir das so schaffen, weiß ich nicht. Ah. Ich würde nach dem Versuch hier, würde ich das Ganze noch einmal versuchen. Wenn ich merke, das wird nichts, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann machen wir eventuell erstmal ein paar Nebenmissionen. Und kriegen auch eventuell schon genug Geld für unser neues Fahrzeug zusammen. Und, äh, gehen dann mit dem hier nochmal das hier an. Aber diese Passage hier ist irgendwie schwierig immer. Ich weiß nicht genau warum. Oh. Oh nein. Oh, Mist. Gibt was? Nein. Zweiter. Zweiter. Das geht. Das geht. Damit können wir arbeiten. Ja, nice. Damit kann ich arbeiten. Und man kriegt ja hier auch ein bisschen Geld noch. Hier. 700 Dollar. Ah, ja. Eindeutig Dollar sind das hier. Gina Paintball. Ja, dann werfe ich mal ein Auge auf die Gina. Jetzt sind wir hier wieder im Wald. Ich freue mich schon auf neue Strecken. Aber solange wir eine altbekannte Strecken fahren, ist es ja auch nicht verkehrt, weil die kennt man ja wenigstens. Die schaffe ich dann. Der schöne grüne Wald. Und, äh, hier darf ich nicht mehr Zweiter werden. Wobei, es kommt halt drauf an, wo die Gina ist, ne? Welche Position sie einnimmt. Wo sie dann ist, ja. Nein. Ihr seid Säcke. Ihr seid nur eine Runde. Das ist nur eine Runde? Das ist hart. Das ist echt hart. Dann muss man in dieser Runde perfekt fahren und nichts darf schief gehen. Das ist hart. Okay. Okay. Nein. Machen wir nochmal neu. Machen wir nochmal neu. Moment. Moment. Ich war jetzt so aufgeregt, weil ich das schaffen wollte. Da habe ich Fehler gemacht. Bald haben wir ein neues Auto, Leute. Bald. So. Spätestens nach dem Cup hier. Und weil die wir schaffen sollten. So. Kann man ja ein bisschen abkürzen. Wunderbar. Nein. 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 Komm von der Wand weg. Nein. Och, Leute. Hat der hier selbe Lackierung wie wir? Hey, Kollege. Da ist ja eine Lackierung. Das heißt, er hat seinen Wagen ja auch voll getunt dann, ne? So, dritter von zwölfter. Das ist okay. Ich wollte gerade gucken, wer hier welche Platzierung hat. Moment. Okay. Das ist okay. Das ist okay. So wie es gerade ist. Lass mich auch mitfahren auf diesem Weg hier. Okay. In diese Richtung sind wir lange nicht mehr gefahren, ne? So, wer ist aktuell Erster? Dieser Lieutenant. Das ist okay. Nein. Nein. Scheiße. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Nein, hier geht's ja runter. Och, nee. So kurz vorm Ziel. Komm, wir machen das nochmal. Das Ring geht ja nur eine Runde. Das kann man ein bisschen... ...ein bisschen öfters über... äh, wiederholen. So schlimm ist es ja nicht. Okay. Aber es scheint machbar zu sein, auch mit dem Fahrzeug hier. Und dann wechseln wir ja. Ey, wo kommst du denn her? Kommt da einfach aus dem Wald gesprungen. So, jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen. Boah. Boah. Ah, Mist. Egal. Weiter, 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 weiter. Es sind hier drei Fahrzeuge hier, die unsere... ...die unsere Lackierung haben. Kein Thema, kein Thema, kein Thema. Wir sind noch relativ weit an der Spitze. Nein. Ah, diese... ...Kurve mit dem Baumstirm. Ich weiß nicht, wieso ich hier mal Probleme hab. Wieso ich den mal gerade ausfahren will. Hier ist der Lieutenant. Das ist das Kacke. Ach nö. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich muss doch nur einmal vernünftig fahren. Ich kenn die Strecke doch. Ich kenn die Strecke doch. Muss mich einfach nur konzentrieren. Dann schaffen wir das. So. Bisschen Lags hier. Sorry dafür. Aber kann ich nicht ändern. Das liegt halt am Spiel. So. Ich hab wirklich lange lange gesucht. Aber es gibt. Es gibt einfach keinen Patch der das behebt. Also auch nicht von der Community. Ich habe wirklich lang geguckt. Müssen wir leider mit leben. So, ich fahre mal geradeaus wieder. So, hier Vorsicht Baumstämme. Da darf ich auch langsam mal anfangen zu lernen hier. So, da fahre ich hier lang. Cothica Black hat ein neues Fahrzeug, könnte es sein. Die haben also nicht immer dieselben Fahrzeuge. Ich lasse es mal auf, damit ich sehe, wer hier wie viel da ist. Für die Punkte, die wir brauchen, um weiterzukommen. So, ich weiß, das Ziel kommt dann hier gleich auch schon. Hopp. Komm schon. Oh, zweiter. Oh, wenn das kein Foto-Finish war. Das war ein richtiges Foto-Finish. Oh, ich wünsche dir, gäbe es Wiederholungen, ne? Oh, war das cool. Nice. So, was sagen die Punkte? Wir führen mit einem Punkt vor Antonia Fugel. Und Lieutenant... Wie wird das ausgesprochen? Lieutenant oder Lieutenant? Lieutenant-Wende? Naja. Vor denen müssen wir ein bisschen Acht haben. Okay. Ach, das Explosions-Lead wieder. So, dann sind wir wieder im Wald. Was ich hier cool fände, wenn es so Themen-Cups gäbe. Wie damals in Flatter 2 oder Ultimate Carnage. Wo es dann darum geht, keine Ahnung. Da fährt man einen Cup lang nur Waldstrecken. Oder sowas. Wäre hier auch interessant. Aber ich glaube, da gäbe es dann zu wenig Strecken für die jeweilige Location. So. Dann wollen wir mal. Ist das nicht dieselbe Strecke, die wir gerade fahren? Nur andersrum? Egal, so rum kann ich sie auch besser fahren. Ich weiß nicht warum. So rum gefällt sie mir besser. Nein. Lieber Brace. Das war nicht sehr brave. Oder war das der Händler, der uns da gedreht hat? Keine Ahnung. Boah. Okay. Drei Runden diesmal. Okay, das gefällt mir doch schon besser. Oder gefällt mir das besser? Ich weiß es gar nicht. Boah. Weil wenn wir nach einer Runde, wenn das Rennen nur eine Runde geht und wir failen, dann ist es ja nicht so schlimm. Dann hat mich das nur eine Runde gekostet. Anstatt wenn ich hier drei Runden fahre und faile, das kostet natürlich etwas mehr Zeit. Ja. Ist okay. Lass mich einfach fahren. Ich lass dich auch fahren. Dolores. Nice Karre. Wie, warte mal. Wer war denn Dolores jetzt? Den im Cookie? So, hier kann man ja auch vielleicht abkürzen. Durch die schöne Scheune. Wir sind Fünfter. Gut, ja, ich weiß nicht, warum ich es erwähnt habe. Ich meine, ihr seht es ja, aber... Ich habe mich für mich gerade gefragt, warum wir Fünfter sind. Wo sind die, die ersten Leute? Wo ist die Spitze unterwegs? Sechster. Die Geno. Hä? War der Baumstamm. Die sind gut, die Leute, die hier fahren. Die sind echt gut. Ich kann uns schwer mithalten. Oh, diese Baumstämme. Ich habe vielleicht auch zwei. Fand ich immer doof, weil die Sachen da so eine komische Masse hatten. Wie, dass du da Flugzeugturbinen einfach durch die Luft schießen kannst. Das wären so Styropor und sowas, ne. Baumstämme waren eigentlich auch viel zu leicht. Ich verstehe mittlerweile, warum da alles so leicht ist. Weil hier stören die Baumstämme tatsächlich. Krass. Wenn wir so viel Gewicht haben. Und dann kommt man da komplett außer... Okay. Aus der Fassung. So, ich möchte diesmal über die Brücke fahren. Ich halte das für besser. Für einen kürzeren Weg. Okay, Gina. Oder Gothic. Oder wer auch immer. Oder nicht. Ach, komm. Ich glaube, das dürfen wir nochmal machen. Hi. Mist. Mist, 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 Mist. Das war dumm. Ich wollte da lang eigentlich. Ciao. Ja, ich schaff mal hier Dritter zu werden. Ja, Mist. Ja. Ja, Mist. Ja, Mist. punkte 32 lieutenant speedway vor dem ist was es in acht nehmen beweise bei diesem winterlichen showdown ein drifting talent das ist auf jeden fall nicht vorhanden wir kommen gut durch würde ich sagen oder das läuft ganz gut na gut ich weiß nicht was die letzte stricke hier sein wird wie schwer das hier sein wird an am ende breche ich mir hier wieder mein genick weil ich wieder große klappe hatte und meinte es läuft jetzt so gut war schön schön hell schön weiß sie alles mit dem schnee ich verstehe leute nicht die schnee verteufeln ich habe doch viel lieber schnee als regen zumal ist schnee nicht so so häufig es ist so selten im jahr dass es schneit und die schnee liegt da kann man das auch mal aushalten und genießen okay aber das hat jetzt nicht zum thema gehört hier nicht zum thema groß hilfe viele von denen haben hier die special lackierung die man hat wenn man das fahrzeug halt komplett aufgerüstet hat ist zwei runden auch wieder nur danke fürs auffangen weil das ist echt schwer zu fahren wenn man hier nicht sieht durch den ganzen schnee durch den staub der da aufgewöbelt wird ich frage mich ob die hoch überhaupt was bewirkt wahrscheinlich nicht die ist wahrscheinlich nur zum nerven da wenn man online spielt aber hier wird man halt leider keine mehr finden online ne spielt halt kein schwein wenn man das so sagen darf wobei ich mir wirklich einige modi online sehr gut vorstellen kann sehr lustig finden würde wie diesen angriffsmodus der wie ein bisschen ist wie bei blur ach komm hau doch ab jetzt miss 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 da vorne sind sie die kleinen schlingeln der lieutenant speedway ist nicht vorne das heißt wir könnten das sogar ein ziel fahren und dann wäre es der erste cup den wir ohne schnitt gemacht hätten das war auch wieder foto finish oder wenn das nicht foto finish reifer alter ja vier millisekunden vier millisekunden das lief ja wie geschmiert warum war das denn so einfach davor war das doch voll schwer vielleicht weil ich davor müde war jetzt ich bin gerade total wach ace machine skin 4 3000 dollar ja überleben berg arena push the limits derby cup ok na gut so wir haben noch zeit wisst ihr was wir mit der zeit anfangen wir haben ein schickes starkes auto da würde ich sagen machen wir ein paar überleben sachen hier um noch ein bisschen geld zu fahren bevor wir uns das auto kaufen weil das auto will ja auch getunt werden und das wird glaube ich teuer oh mein gott und dann können wir den nächsten cup mit den neuen wagen machen ich bin da richtig gespannt drauf frau mich richtig am besten wäre ja eigentlich wenn man das alles thematisch zusammen macht dass man hier sagt so wir machen zuerst alle cups dann machen wir hier diese ganzen neben rennen aber flat out 4 vor der teil andere maßnahmen na komm auf die vier räder und wenn wir mit dem neuen wagen fahren dann möchte ich ihn auch komplett ausgerüstet haben und außerdem haben wir halt zeit dann geht ich denke ein derby rennen hier ein ein dimmelischen arena ist da drin na das ist dann halt zeit optimierung langsam gehen hier alle schrott den haben wir erwischt den haben wir erwischt wer will noch erwischt werden da hinten du ich würde gegen jemanden schrotten wir brauchen punkte komm da oh wir haben keinen erwischt Leute gib mir doch auch mal was Alter wie heile ist der denn noch ist nur noch die beiden warte mal hier komm mal her genau so jetzt können wir hier auch mal punkte sammeln oder auch nicht dann halt nicht was macht ihr denn weder rammt ihr euch oder nicht okay das hat punkte gegeben wunderbar nur noch der letzte und dann sollten wir das auch mit gold abgeschlossen haben verfolgt er mich jetzt hier die ganze zeit huch ich hab ein lead übersprungen wie hab ich das denn gemacht ich wollte nach hinten schauen ach man hör doch auf mich zu verfolgen ja 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 genau so boah das war ein volltreffer ah komm ich hoffe in das spielchen lass dich einfach schrotten und danke war früher nach hause komm rein du machst es mir nicht einfach die kontaktzeit läuft aus komm her geht doch und jetzt treffen wir ihn ah mir ist schade das wäre cool gewesen hätten wir ihn jetzt nochmal schön gerammt das ist rinden komm her jawoll 105 punkte 850 cash ja damit läuft das hier 54 prozent in der derby class haben wir schon abgeschlossen ja ist ein bisschen durcheinander jetzt hier aber ich denke das geht klar so dann würde ich sagen sehen wir uns nächste folge wieder nein quatsch wir kaufen uns jetzt die karre so fahrzeuggestöbern hier den angel m200 5000 dollar haben wir jetzt noch was ist das denn für skins der goldene skin ist schon nice oder ja und die sehen wir nicht den letzten skin kennen wir das ist der polizeiwagen skin ja ich lass den mal in gold so den haben wir ja genommen dann machen wir als nächstes mal den hier und die lasse ich solange wir nichts neues freigespielt haben so dann fangen wir mal an zu tunen so wichtig ist natürlich für die späteren rennen der motor ja guck mal hier die preise das sieht doch schon mal ganz anders aus das kostet alles viel mehr beschleunigung beschleunigung ist mit am wichtigsten hat gar nicht so viel gebracht kann das sein getriebe bringt höchstgeschwindigkeit vermutet und alles dann machen wir noch ein bisschen hiervon ein bisschen nitro und das war es dann auch schon der wird teuer zu tun der wird teuer aber ich möchte ihn nochmal angucken nice das ist unser neuer neu zu wachs ja sieht schon nice aus kann ich echt nicht mehr kann auch wieder das goldene einfach schön ja mit denen fahren wir dann nächste folge bin sehr gespannt wie der fährt wir brauchen auch eigentlich einen puffer für die nächste klasse dann die dann kommt hierfür wenn ich mir die preise hier mal angucke naja den haben wir ja auch schon ne wenn wir ganz gewitzt sind könnten wir eigentlich schon auf den hier sparen und dann rauschen wir da nächste klasse komplett durch ja eigentlich lohnt sich das da schon fast naja das sehen wir ja dann mal gucken wie viel geld wir dann noch kriegen wenn wir das hier abgeschlossen haben zwei cups sind hier noch und hier unten gibt es auch noch kleine events die gemacht werden wollen das kippt alles nochmal ordentlich cash ja wobei gar nicht so viel na egal ich labere jetzt hier wieder nur rum und mache nichts ich bedanke mich hier fürs Zuschauen Leute und wir sehen uns aber beim nächsten Mal wenn wir unsere neue Karre testen geil bis dahin bis dahin